Fritzi Haberland ist eine deutsche Schauspielerin, Leben. Fritzi Haberland minus Tochter eines Rundfunktechnikers und einer Angestellten beim Kulturbund minus besuchte zunächst die Schule in Berlin. Im Jahr 1991 zog die Familie gemeinsam mit dem jüngeren Bruder nach Norderstedt bei Hamburg. Dort machte sie ein 1995 DK Sekunden Abitur. Daran schloss sich von 1995 bis 1999 die Ausbildung zur Schauspielerin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin an, wo sie in einem Jahrgang mit Lars Eidinger, Nina Hostewitsch-Driso und Mark Waschke studierte. Noch während ihrer Ausbildung und im Anschluss daran arbeitete Haberland mit Robert Wilson, a. 1998 am Berliner Ensemble und 1999 in New York zusammen. Erste Filmerfahrungen sammelte sie unter der Regie von Egon Günther als Ernestin Volpius in die Braut. In Kalt ist der Abendhauch nach Ingrid Noll unter der Regie von Rainer Kaufmann spielte sie die Hauptrolle und erhielt dafür den bayerischen Filmpreis. Ende 1999 trat sie ein Engagement am Schauspiel Hannover an und debütierte dort als Franziska in Minna von Barnhelm von G. E. Lessing und als Emily in unsere kleine Stadt Action von Thornton Wilder, Sam Shepard. Ab der Spielzeit 2000-2001 bis zum Ende der Spielzeit 2005-2006 war sie Mitglied des Thayer Theaters in Hamburg. Von 2006 bis 2008 gehörte sie zum Ensemble des Berliner Maxim Gorki Theaters unter der Intendanz von Armin Petrans. Sie gastiert weiterhin am Maxim Gorki Theater seit 2009 auch am Wiener Burgtheater. 2012 wurde Haberland für ihre Nebenrolle in Hendrik Handlöktens Fenster zum Sommer für den Deutschen Filmpreis nominiert, nachdem sie die Auszeichnung bereits für ihre Leistung in Handlöktens Liegenlernen erhalten hatte. Sie lebt gemeinsam mit dem Regisseur und Drehbuchautor in Berlin-Kreuzberg. 2013 spielte sie erneut unter Handlöktens Regie im Musik-Video-Familienfest von Bosse die Hauptperson. Wichtige Theaterarbeiten Titelrolle in Lulu von Frank Wedekind Regie Michael Thalheimer Lucille in Dantons Tod von Georg Büchner Regie Robert Wilson Franziska in Minna von Barnhelm von Gotthold Ephraim Lessing Regie Tillmann Gersch Natascha in Nachtasyl von Maxim Gorki Regie Andreas Kriegenburg Juli in Lilium von Verenig Molnar Regie Michael Thalheimer Rosa in Fight City Vineta von Fritz Kater Regie Armin Petrans Luise Miller in Kabale und Liebe von Friedrich Schiller Regie Michael Thalheimer Mitzi in Liebelei von Arthur Schnitzler Regie Michael Thalheimer Charlotte in Die Leiden des Jungen Wertheers von Johann Wolfgang von Goethe Regie Jan Bosse Filmografie 1999 Die Braut 2000 Kalt ist der Abendhauch 2002 Heimatfilm 2003 Liegenlern 2004 Erbsen auf halb 6 2004 Blind 2004 Klara 2007 Ein spätes Mädchen 2007 Händeweg von Mississippi 2007 Nichts als Gespenster 2008 Freischwimmer 2008 Der Mond und andere Liebhaber 2008 Ein starker Abgang 2009 Tatort Tote Männer 2009 Polizeiruf 110 Die armen Kinder von Schwerin 2009 Krauses Kur 2010 Tatort wie einst Lilly 2011 Eine Insel namens Udo 2011 Das Blaue vom Himmel 2011 Fenster zum Sommer 2011 Nacht ohne Morgen 2011 Krauses Braut 2012 Transpapa 2012 Die Libelle und das Nashorn 2013 Tatort zum 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 2014 Polizeiruf 110 Käfer und Prinzessin 2014 Quatsch und die Nasenbärbande 2014 Krauses Geheimnis 2014 Der Tatort Reiniger Schweine Hörbücher 2003 Mauli Moon von George A. Büng Der Hörverlag ISBN 3899-400887 2003 Händeweg von Mississippi von Cornelia Funke Jumbo Neue Medien und Verlag ISBN 978-389-592-7973 2004 Zwei wilde kleine Hexen von Cornelia Funke Jumbo Neue Medien und Verlag ISBN 978-383-3-7-100-8-7 2007 Das Kunstseidene Mädchen von Irmgard Coyne Rendemhaus Audio ISBN 978-389-8-309-6-8-4 2008 Das kleine Gespenst von Ottfried Preußler Der Audio Verlag ISBN 978-389-8-13-772-0 2009 Tagebuch von Anne Frank Argon Verlag ISBN 978-386-610-7-6-5-6 2014 Geschichten von Ponyhof von Anne Braun Jumbo Neue Medien und Verlag ISBN 978-383-3-7-3-8-8-8-1 Auszeichnungen Nachwuchsspielerin des Jahres 2000 und 2001 Bayerischer Filmpreis 2000 Beste Nachwuchsdarstellerin für Kalt ist der Abendhauch Boy Gobert Preis 2001 Alfred Kerr Darsteller Preis 2003 für ihre Rollen in Zeit zu lieben Zeit zu sterben und Liebelei Deutscher Filmpreis 2004 Beste Nebendarstellerin für Liegenlernen Hessischer Fernsehpreis 2007 für ihre Darstellung in dem Fernsehfilm Ein spätes Mädchen Ernst Lubitsch Preis 2012 für eine Insel namens Udo Beste Nachwuchs